Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, zurück zu Goof Troop. Level 3 steht an. Gucken wir mal. Max, hey Fati, ob das wohl die Piratenfestung ist? Goofy. Ich weiß nicht, so sollen wir mal an Club von Frank? Auf geht's. In die Festung. Die Gruselfestung. Stimmt, da war ja was. So, nochmal treffen. Nein! So natürlich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß jetzt nicht, ob es entscheidend war. Ich hoffe nicht, dass die... Ne, zum Glück nicht. Das war noch ein anderer Raum nachher. Wo man die richtige Reihenfolge dann nämlich drücken muss. Oh je. Oh Gott. Wo ist die Kerze, wenn man sie mal braucht? Da! Jetzt fühle ich mich doch schon ein wenig sicherer. Hier haben wir noch eine Schippe. Hier scheint manchmal irgendwie einer zu sein. Dann hole ich mir doch lieber den Endhaken wieder. Die Kerze behalte ich. Kommt, glaube ich, nachher nochmal ein oder zwei Räume. Da sind allerdings wirklich Gegner. Oh, fuck it. So, wer von euch... Gut. Hier geht's runter. Na, Mann. Hat sich dann doch ausgezahlt. Der Weg hier. Brett werden wir auf jeden Fall brauchen. Da! Hier kann's wieder haben. Nochmal. Und nochmal. Ja, ist doch schon mal nett, dass die hier so alle... Aber die Glocke natürlich... Auch interessant. Oh. Das war knapp. Denn... Kann sein, dass nochmal irgendein Raum ist, wo man vielleicht die Glocke auch braucht. Aber ich nehme jetzt den Schlüssel hier mit. Wuuuuh. Lauf, Goofy. Musik. Ah, der andere Sack hat mich doch auf den Kieker. Deswegen werde ich lieber ihn hier killen. Dann erst ihn. Und wir haben... Ach, nee, wir haben eine Einschüssellocke. So, damit machen wir das hier auf. Was steht hier? Bodenschalter. Drücke die Schalter in der richtigen Reihenfolge. Jo. Sag ich doch. Dass da noch sowas kommt. Oh, 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 oh. Wie war denn das? War das Piet zuerst? Dann Caro? Dann Herz? Ja. Hehehe. Mein Kopf kann doch noch was... sich was merken. Äh. Ne? Ach. Weg da. Die rollende Kuh. Ja, den habe ich... Den habe ich auch gern, den Typen. Jetzt nicht unbedingt. Jetzt, ehrlich gesagt, nicht. Na? Gott sei Dank. Okay. Oh. Auch fast hängen geblieben. Blöde ist nur, die Sau schmeißt halt zurück, wenn er ihn fängt. Mal sehen, ob er halt kurz mal... Ah. Komm mal hierher. Oder dahin. Genau das. Kann man sich nicht so leicht sicher sein. So viele Schlüssel, die wir hier haben. Da läuft man ganz schnell daneben. Auch gut. Eieieieieiei. Weil ich überlege gerade, einen Schlüssel hier jetzt einzusetzen, ist klar. Und dann aber nochmal den Enterhaken zu holen. Von da oben. Auch wenn ich jetzt damit leben muss, denke ich mal, dass die Gegner gleich wieder da sind. Und zwar überall. Ja. Aber das läuft, ja. Tchuuu. So. Was war hier jetzt? Nein. Ach, Mist. Klingglöckchen. Habe ich mir ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Jetzt kommt schon her hier. Ist ja nicht. Typ, Typ. Sehr gut. Was könnte jetzt hier wichtig werden? Ja. Weil mir Fettklopsy-Türch an die Nuss geht. Und da war schon Zweiten. Dann haben wir mal hier hier oben. Oh Gott. Scheiße. Ich weiß aber jetzt nicht, ob hier überhaupt noch was anderes zu holen ist. Okay. Sehr gut. Das ist nice. Wenn der auch seinen eigenen Kumpel schießt. Und noch einer, weil es so schön ist. Und noch einer. Okay. Hast mich überredet. Das Bild sieht aus wie Jar Jar Binks. Vielleicht anstelle der Glocke mal mitzunehmen. Jetzt Beeilung. Rein da. Zum Endboss. Oder besser gesagt zu zwei Endbossen. Da habe ich wohl schon zu viel verraten. Rot gegen Blau. Oder Rot und Blau gegen mich. Na nun. Wer kommt uns denn da besuchen? Willst du etwa mit uns spielen? Komm. Willst du spielen? Komm. Kein Problem. Das Spiel heißt Lauf um dein Leben. Hehehe. Blöden Säcke hier. Ganz schön gefährlich hier. Bis einer anfängt seinen Kopf. Oh shit. Oh. Oh. Da wirst du mal deinen Kopf bei dir behalten. Kann ich gar nicht leiden. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich mach. So schnell kann man die Leben verlieren. Du blöder Sack. Komm. Ja. Schmeiß ihn zu mir. Komm. Du explodierst. Ja. Okay. Immerhin. Nur vier Leben verloren. Und damit Level 3 geschafft. Nach elf Minuten nur. Okay. Es wird ja immer schneller hier. Es wird also jetzt nicht ein sehr langes Let's Play. Also die Folgen zumindest auch nicht. Das merkt man glaube ich daran. Aber muss ja auch mal sein. Okay. Also dann sage ich mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.